ich weiß da aber ich schlusspunkte mitnehmen jetzt aber jetzt eine andere Korde ja dann sag ich noch mal hallo und recht herzlich willkommen zu einer meiner Runde Matpanner mit dem René so dann wollen wir erstmal hier so und dann können wir loslegen unsere Tradition erst mal hier wo fahren wir denn heute als erstes hin ja dann nehmen wir den Beobachtungspunkt da hinten stehen eh die ganzen Autos ich habe keinen Punkt gesetzt aber ich ich habe keine Brille öffnen ich habe keine Brille öffnen ich habe keine Brille öffnen ne habe ich nicht ach doch da ist so komm wir hier lang komm aber ich sag mal das ist nicht der Originalweg der Auto ist lang meins auch das ist gut mit 30 was vor die 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 oder das ist keine Ahnung da war mir eine Kante ja komm mal Junge hoch geht auch rein in das Gewinn oh rein in das Dümmere da war da war ich muss man Ich habe hier so eine Vermutung, dass der Weg hier frei ist. Ich sehe dich zwar nicht, aber wo macht er dich? Boah, wirst du aber gleich sehen. Du wirst sehen, wie das Licht angeht. So, bitteschön, das Licht ist angegangen. Bleib da, ich komme zurück. Das siehst du. Klappt doch wunderbar. Bei uns Matschfahrern. Ah, hast du ein Feuer schon mitgenommen? Hm. Falls man brennt, das ist gut. Ne, komm. Ne, komm. Na, denkt euch, wollt ihr die Fahrzeuge? Ja, ja, dann fahren wir jetzt ja hin. Ach, ein bisschen Spaß muss sein. Oder nicht? Ey. Entschuldigung. Ich habe dich nicht gesehen als Fahrer. Hier stand da schon so ein sinnlos leeres Geländeauto rum. Oh, ich führte die Straße nicht dort hin, wie ich will. Aber zum Beobachtungspunkt. Wir sind gleich noch näher. Weil hier ist noch ein Beobachtungspunkt. Na, lass uns erst den Beobachtungspunkt und dann fahren wir uns durch die Autos. Wir sind vorbei. Ich sehe schon. Puh, Zitter wird rüber bei uns. Ach. Ich habe einen Punkt gesetzt. Ach, da. Och, du Dickelein. Au, mein Grotflügel. Ach, da ist er doch. Oh, ich habe dann vorbeigefallen. Ja, das Dicht ist an. So. Siehste. Ja. Na, die Autos, siehst du, die stehen da hinten. Eine Werkstatt. Die zwei hier sind ja schon frei. Ja. Die drei sind ja schon, die Autos, siehst du, die Autos, siehst du, die Autos, das Staudi, die Autos, schienen. So, was ist das? Schön, erstmal hier im Wald rumspazieren fahren. Die Natur pur genießen. Oh, herführt mal eine Schranke. Mach mal auf. Oh, was war das denn? Ja, ich folge dir mal unauffällig. Ah ja, es nimmt doch langsam vor, mein. Ach, das war auch schon hier? Nee, eher nur noch. Okay. Wie geht's eigentlich, ne? Keine Ahnung. Irgendwo im Wald. Das ist nicht wie die Äste knacken und wie die Vögel zwitschauen. Wie die Hupen, Hupen. Wie die Hupen, Hupen. Oh, Hupen, Hupen. Du Hupen, Hupen, Hupen. Wie ist das, meine Frau, man soll schon lachen. Hupen, 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 Hupen. Yeah. ja Hallo Bist du? Irgendwo dahinten Gut du nicht Also ich hab mir grad mal wieder Aka 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 Erstmal orientieren orientieren und auch intzager sein Schreiber bei Vorbereitung das Wasser so ein bisschen tief würde ich sagen Prozent Jahr Kollege sie haben sich mal so auf Kopf gelegt ach warten so ja ich hätte sie die Rettung ist da der Markt nach dem Vorarl ist das euer halt die Luft ein schnell noch hält die Luft ein Jajaja dann schweifert die die Seilwinde kann ich doch nicht muss ich dich dann muss ich dich ja retten so bitteschön da ist aber niemand da was jetzt so jetzt oder mhm warte umschalten umschalten warte 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 ich muss noch mal rumhängen naja denk ich das warte lass mal los warte ich mich mal schnell so ja bleib mal ganz locker da denkst du auch noch hast du ne aber jetzt genau wirst du schon stehst du wieder auf die Füße te und warte mal abschneft und war erfolgreich so wir gucken ja gerade aus müssten wir geradeaus da lang warte mal jetzt geht's nochmal weg da lang noch ein bisschen drücken Matsch die ob man ja schon lange nicht dass ihr nur umkippt nö was schreibt das wurde ganz Höhöhöhöhöhö Höhöhöhöhö Echt den? Hä? Was schreibt du da? Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhö Lötete die Katze? Täuschte das da? Hhmh Oh Oh Schade, das ist scheinbar schon nicht hier. Müsste nur bald da sein. Wollen wir da jetzt wirklich durch? Das Wasser ist da zu tief. Oh ne! Ich hab's gesehen! Da haben wir jetzt den Beobachtungspunkt reingerollt. Hast du die angehangen? Ja. Jetzt gibt's ne Trote hier. Na für dich, für mich nicht. Also müsstest du eigentlich jede Karte zweimal fahren? Ja. Fahr da nicht rein. Das ist tief. Und da sind Krokodile drin. Krokodil Bandos. In Russland gibt's keine Krokodile. Das weiß ich. Wir sind zu kalt. Ja, den ist es zu kalt. Ja. Müsste aber eigentlich alle haben. Warte ich gucke mal. Hm. Ja, jetzt haben wir alle. Jetzt können wir noch die zwei Fahrzeuge da oben, wo die Werkstatt ist. Um. Unten rechts würde ich sagen. Dann mach mal den Weg. Mach ich. UNO-Moment so. Jetzt müssen wir uns anpeilen, wo wir stehen. Wir stehen hier unten. Also wenn wir jetzt. Am besten ist. Ja, wir fahren jetzt. Da so lang. Warte, mal rauszoomen. Ah ne, warte mal. Wir fahren da lang. Wir fahren da lang. Ist ja egal. Mach man natürlich schön die Hauptstraße lang. Wir fahren jetzt wieder. Am Seriewerk vorbei. So. Kommen wir erstmal nach. Ach, macht das Spaß. Oder nicht? Platsch, platsch. Jo, danke. So kommt man auch rüber. Überm Baumstumm. Platsch, matsch, matsch. Platsch, platsch. So kommt man auch rüber. Überm Baumstumm. Platsch. Durch. Durch. Durch das Getümmel. Genau. Nein. Nein, du wirst uns davon nicht kommen. Hilfe. Warte, er krebt sich noch. Ah, er kommt. Ah, er kommt. Nee, er hat sich durchgekommen. Er hat sich durchgebissen durch den Schlamm. Meine Kettenbahn. Ketten. Reifen. Stärker. Komm, ich schieb dich von hinten. Klickst'n Shops auf von hinten. Komm. Na toll, ich bin frei. Und ich steck fest. Hilfe. Dank, geschuld. Bei dem Schlamm habe ich jetzt eine gerechnet, dass das zu tief ist. Nö. Vor allem bei mir lebt der Schlamm auf 70. Ihhh. Ist ja matschig. Doch gut vom Rücken. Schlamm, Schlammparcours. Nee, wie nennt sie das? Moorparcours. Genau. Oh, Moorkur. Was ist der jetzt wieder? Na komm, ich schieb dir mal einen Schubs hier. Ruhig. Was ist größere Region B? Ja, ja, hier liegt ein fetter Baumstamm. Huch. Na toll. Der Fester lässt aber auch alles liegen. Mh. Ich dachte, du hattest was für den Sträußer OZ? Ja, die kommt doch jetzt gleich. Ich sehe sie schon. 20 Metern. Können aber auch noch lange 20 Meter sein, ne? Ja, und 20 lange Meter kann auch viel passieren. Umkippen, festkleben, Verkehrsunfall. Entschuldigung. Schauen wir mal. Da ist eingepennt. Ja, das ist eingepennt. Den können wir ja, brauchen wir ja noch bezahlen. Und er gräbt sich durch den Matsch. Mit den Schlapsch. Mit der Tür hast du die Richtung. Geradeaus. Boah, wieder vieler Tricks. Also abfliegen. Das sieht schon reifen. Geil. Hier rechts, rechts, rechts. Uuuu. Alter Schwede. Da ist das, was sie kennenlert. Das ist, dass sie sehen, wie ich nicht rutscht. Ich bin. Wo führt uns denn denn der, wie ich jetzt hier hin. Achso. Das war ich. Das war ich mir ja, Kräuter. Ne, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Wir stehen da. Dann fahren wir jetzt da so lang. Genau. Dann fahren wir hier die Straße lang. Dann fahren wir da die Straße lang. Und dann. Siehst du das, was ich hier so verzaubere? Nee. Also nur, wenn ich in der Karte guck. Na, dann guck mal eine Karte. Dann guck. Schau mal in die Karte. Schau dir die Karte an. Merkte die Karte. So werden wir jetzt fahren. Durch Zickzack. Matschpack. Guck, dass ich suche, wa? Ein Hoch auf die Seilwinde. Genau. Ohne der Seilwinde wären wir schon längst auf die Schuße. Geht? Ja, wackelt sich durch. Er wackelt sich durch. Wie war Wackel. Der kleine Dackel ist wieder da. Da seht ihr auch noch mal vom Wackel. Nee. Ja, das war's. Das war's für heute. Was hn? Nichts, alles gut. Ab auf dich erwartet. Das kann ich dir gar nicht so alleine lassen in dem Wald. Das Licht an. Na, kommt Rotkäppchen raus. Rotkäppchen? Hm. Gut, der weiße Wolf. Mit dem Wolf kann ich nicht anfangen mit Rotkäppchen. Achso, ok. Jetzt wird das Thema überredet. Ja. Boah. Walter, ich wollte ja dann beim nächsten Mal Holz fahren. Kannst du nicht weiter in den Betriebsverein gehen? Ja. Oh. War denn das jetzt von Beule? Aber in das Licht kannst du echt nicht reingucken, Junge. Das ist so hell. Wenn du die Kamera drehst. Ja. Fast geschafft. Siehst du mich noch? Ich mach mal Ruhestürmerlärm. Du nimmst ja recht, ich nehm den linken. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir fertig für heute. Rauf mal. Der Traktor mit Anhänger. Ach ne, das ist meiner. Ja, der K700 ist frei. Wo ist er? Wo bist du? Eine Werkstatt? Nö. Hinter mir. Ja, ich hab's gesehen. Warte, ich komm zu dir. Ach, ist ja. Fährst du jetzt Gülle? Nee, Benzin. Ach, Benzin. Motor abstellen. So, meine lieben Freunde. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Lässt meine Kommentare. Ein kleines Feedback. Wird man uns drüber freuen. Der Wald und Rene. Und wir sind erstmal an der Stelle raus. Tschüss. Tschüss